So, da sind wir wieder. Wir waren... Die Stimmen da passen auch nicht zu diesem kleinen... ...Exelt-Leuten. Kommt her! Was war das? Ich hab... ich muss... ich will aber sagen... ...ich hab das schon mal gespielt... ...und hab dann, als ich es geändert habe, habe ich es mit den anderen Ports gelöscht. Also, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Es soll jetzt nicht wundern... ...die schönen Ports alles normal machen hier. Dreh durch. Ich will hier gerade, dass ich es sich danach displayen soll, aber ich glaube, das zieht sie noch... ...bisher hin, oder? Naja, da haben wir... Guck! Major fracture detected. Hoffentlich nimmt das jetzt auch auf. Ja, eben nimmt es. Ähm... Darunter müssen wir. Wir müssen jetzt in... ...die... ...die... ...schlusszentrale da rein, ne? In diesen komischen Brocken da kennen. Geht! Ja! Die! 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 Du schaffst das, mein Freund. Aber ich schaff das nicht. Scheiße. Ich spreche das, als ich nur 60 geleben hatte. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nee, Moment mal. Geht ja auch nicht, da kann man ja auch. Bin ich da jetzt die Leiter runter? Nee, bin ich nicht. Doch, bin ich. Aha. Und es hat einfach Platsch gemacht. Run, 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 like. Hey, es hat geklappt. Ich habe sogar keine Ahnung gehabt, wie ich das hingekriegt habe. Und jetzt kommen wir mit diesem Kackteil hier vorn. Nicht auf die Schienen. Leine Kackbratze. Volle Kraft. Schade. Ich dachte, man könnte da übrigens durchbrettern. Wie Rambor. Oh, ich habe mir kein Leben verloren. Du schaffst das. Ha, das habe ich noch nie gesehen. Ha, ha. Oh doch, das schaffst du, mein Kumpel. Du bist doch immer noch der Beste. Oh nee, sag ich nicht, ich muss noch mal da hochlatschen. Schön, dass ich mir mal hier anvisieren könnte. 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 Höh. Ah. Du bist dran schuld. Puh. Warte mal. Volle Kraft voraus. Jetzt kommt von hinten irgendeine Feuersbrunst. Ich save mal. Freeman, ich habe dich erwartet. Einer von deinen Wissenschaftler sagte, um dir ein Messer zu geben. Du solltest dieses alte Räselsystem auf einen Satelliten-Delivery-Rocket nehmen. Ich weiß nicht, wo es genau ist. Und der alte Mann war so wörter, dass er mir nicht erzählt hat. So, also hier habe ich bis jetzt hier noch nicht gezockt. Also nur bis dahin, wo ich das viel geklärt habe. Komm hier hoch. Na, los, komm. Der steht ja die ganze Zeit. Achso, stimmt. Der war ja die Barrikade da. Höh. Irgendwie so ein ungutes Gefühl dabei. Sie fährt mir überhaupt nicht. Und, üß. Kann ich da lang fahren? Taschenlampe und Licht. Wo fährt der jetzt lang? Fahr hier richtig lang? Oh. Und nis. Und Schwabbeldoppelgut. Es ist hier. Es ist hier. Ah Ha Oh ... ... ...